Hallo liebe Zuschauer, die ihr das jetzt nachtrittlich live seht. Noch ist kein Aussehen, grüße ich euch herzlich separat. So jetzt hatte ich gerade ein Verbindungsproblem, aber könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen. Hallo Saga-Foto. Moin Matthias. Ich warte noch einen Augenblick. Drei Leute erst. Grad waren es noch sechs, jetzt sind es fünf. Sehr schlecht. Tobias Enners, ich bin sehr schlecht zu hören, das ist schade. Jetzt ist die Frage, wann liegt das? Weil eigentlich habe ich eine gute Verbindung. Ja, wir hören gut, sagt Martin. Matthias, wann bist du mal in Bremerhaven? Ja. Mal schauen. Also dieses Jahr bestimmt wieder mal zum Fischessen vielleicht. So, 21 Leute, dann lege ich mal los. Ja, ich bin der Nino vom Dansei-Blog. Herzlich willkommen am Ostersamstag hier beim Livestream. Ich bin natürlich wieder im Immobilfrühstück in Hilden. Da vorne ist der Bäcker und da hinten, ich gehe mal ein bisschen rüber, seht ihr die ganze Bagage heute, die sich zum Immobilfrühstück hier getroffen hat. Es ist wirklich wahnsinnig viel los. Da hinten, da sitzen sie alle, hier stehen noch ein paar rum, da sitzt die ganze Frühstücksbagage. Viel los. Ostersamstag, auch viele Kunden hier. Vielleicht gehe ich mal gerade noch rum, bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, zeige euch mal, wie viele Elektroautos hier sind. Also es ist eine richtig große Menge heute. Ich zähle mal durch. Nissan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das sind 12, ich würde mal sagen, so rund 20 Elektroautos hier auf einem Haufen. Und hier ist wirklich alles dabei. Hyundai, Ioniq, Zoe, Elektrosmart. Heute keine Außenseiter, keine neuen Prototypen oder sonst irgendwas, was man hier schon mal sieht. Ja, aber warum soll es eigentlich gehen? Und zwar... Achso, kleiner Tipp vorweg. Wenn ihr hier mich mal besuchen wollt am Immobilfrühstück in Hilden, Ladepark Kreuz Hilden, bitte achtet darauf, wenn ihr das Navi programmiert. Es gibt natürlich von der Bäckerei Schüren diverse Filialen. Wir hatten jetzt gerade jemanden, der hier wirklich 20 Kilometer rumgekurvt ist, um uns zu finden. Es gibt also irgendwie 20, 25 Filialen von der Bäckerei Schüren, aber es gibt nur einen Backstubenladen. Also da, wo die Backstube selbst ist, wo die Backwaren gebacken werden, da ist dieses Immobilfrühstück, wo dieser große Photovoltaik-Carport ist im Industriegebiet hier in Hilden. Also nicht irgendwo in der Innenstadt uns suchen. So, worum soll es eigentlich gehen? Ja, es sind ein paar doofe Dinge passiert jetzt in den letzten Wochen. Also erstmal, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, Uber hat ja keine Fahrerlaubnis mehr, um die autonomen Autos zu testen. Hintergrund ist, dass ein Unfall passiert ist und eine Radfahrerin oder Fußgängerin, die ein Rad geschoben hat, gestorben ist, leider. Sehr traurige Sache. Die Hintergründe sind noch in der Aufbereitung, was man bisher so weiß. Ja, die Uber-Fahrerin war ein bisschen abgelenkt, die das Auto kontrolliert hat. Dann war es sehr dunkel. Sicherheitssysteme waren an dem Auto deaktiviert. Man hatte so ohne Lieder und ohne Notbremsung gefahren. Man ist rein mit optischen Systemen gefahren. Das war eine Testfahrt. Und da ist halt, ja, sind ein paar Dinge zusammengekommen und dann ist leider dieser schreckliche Unfall passiert. Ein zweiter Vorfall war jetzt ebenfalls und zwar ist ein Tesla Model X Fahrer gestorben. Unglaublich, weil die Teslas sind ja doch extrem sicher, gerade was die Karosserie angeht. Aber ein Tesla Model X Fahrer ist gestorben, während er im Autopilot-Modus war. Und zwar ist er unglücklicherweise von der Fahrbahn, von der Fahrspur abgekommen. Und in Amerika ist das so, das war in Amerika, dass wenn so Ausfahrten sind, die sich trennen, dann haben wir im Prinzip immer nur so zwei Leitplanken, einen links, eins rechts. Die Amerikaner machen da so Betontrenner hin. Und damit man sich nicht furchtbar verletzt, wenn man vor diese Betontrennung stirnseitig vorfährt, haben die da immer so große Ziehharmonika-artige Leitplanken, die sich zusammenschieben und Energie absorbieren. Also aus Metall, Leitschienen oder so. Und die sind leider nicht da gewesen, weil nämlich kurz vorher jemand da reingefahren ist und deswegen war da jetzt eben nicht diese Sicherheitszone. Und das Model X ist ausgerechnet da reingefahren. Ganz blöde Sache. Und der Model X Fahrer ist tatsächlich gestorben. Tesla hat jetzt eine Stellungnahme veröffentlicht, dass sie... Interessant, hier hört man auch in der Kamera rum. Tesla hat veröffentlicht, dass also das Auto im Autopilotmodus war tatsächlich, der Fahrer hin und wieder vorher wohl aufgefordert werden musste, ans Lenkrad zu greifen. Das heißt, er war nicht dauerhaft am Lenkrad. Ist jetzt Mutmaßung, aber so liest sich's halt. Und offensichtlich, ja, wurde nicht eingegriffen, als das Auto, ja, drauf und dran war, in diese Trennung einzufahren. Es gab also keine Notbremsung oder so, was, ja, darauf schließen lässt, dass da jemand abgelenkt war. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Mir selbst, jetzt muss ich mal hier mich ein bisschen outen, ich selbst habe auch gemerkt, jetzt in den letzten vier Monaten, wo ich Zoe habe, äh, Zoe, den Neo habe. Falsche Welt. Dass man sich schon sehr, sehr schnell auf diesen Autopiloten verlässt. Er funktioniert halt einfach so unglaublich gut. Er ist so unglaublich gut. Ihr macht euch da kein Bild von. Also jetzt gerade in dem letzten Update, was vor zwei Wochen kam, das funktioniert unglaublich. Und dann verlässt man sich natürlich auch da drauf, obwohl man weiß, das ist ja noch nicht perfekt und das ist noch nicht Level 3. Man darf noch nicht den Blick von der Straße wegnehmen. Ähm, also das, äh, das verleitet einen. Das verleitet einen wirklich, ähm, sich zu sehr darauf zu verlassen. Ähm, und das, das habe ich ja mir selbst beobachtet und ich versuche mich gerade selbst dazu zu zwingen, da nicht so, nicht so laschend mit umzugehen, ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das birgt halt dieses Risiko. Jetzt kann man sagen, äh, diese, diese autonomen Fahrzeuge, also jetzt speziell Tesla auch, ähm, 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 die fahren so sicher, es gibt so wenig Unfälle, so wenig Tode. Ja, statistisch mag es sein, aber es könnte halt noch besser gehen, ja. Warum soll man sich unnötigen Gefahr bringen? Ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen, da ging es darum, autonomes Fahren, äh, drei und vier sollte übersprungen werden. Man sollte besser gleich fünf machen, weil die Leute sich daran gewöhnen, dass es gut funktioniert und dann, äh, unachtsam werden. Und, ähm, ich muss das leider bestätigen. Man wird unachtsamer, das ist tatsächlich eine Gefahr. Von daher, ich greife mir da auch an die eigene Nase. Leute, verlasst euch nicht zu sehr auf, auf den Autopiloten oder andere Assistenzsysteme. Die sind super, aber sie sind noch nicht perfekt. Wir sind noch ein bisschen von perfekt weg. Tesla hat veröffentlicht, dass sie ihre Unfallzahlen dank der Autopilote um 40 Prozent senken konnten. Das ist super, ein super Erfolg. Ähm, aber ich glaube, so richtig, äh, drauf verlassen sollte man sich erst, wenn das Auto zwei bis dreimal so gut ist wie der Fahrer, ja. Also wenn wir bei, bei drei, 200 bis 300 Prozent, äh, 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 Verbesserungen sind sozusagen. Das ist, glaube ich, mathematisch umfug, was ich sage. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, 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 ja, darüber wollte ich mal sprechen. Jetzt ist mal eine Frage an euch. Äh, äh, was glaubt ihr, was diese Unfälle jetzt für eine Auswirkung haben? Kann das dazu führen, dass die, äh, Entwicklung der Autopilote eingeschränkt wird, gestoppt wird? Ähm, ist das gut, eine neue Technik, die viel Potenzial hat, äh, äh, zu behindern? Oder müssen wir jetzt sagen, ja, ähm, ähm, also meine persönliche Meinung ist grundsätzlich, ja, ähm, wir müssen, ähm, die Regularien vielleicht noch enger ziehen, dass, äh, ja, so Sicherheitssysteme wie jetzt bei Uber passiert ist, ne, dass da Notbremsassistenten nicht ausgeschaltet werden. Was für ein Unfug ist das denn bitte? Ähm, sondern dass eben, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht Eingriffe für das Lenkrad, äh, äh, mehr erzwungen werden? Oder, ähm, ähm, ja, dass das häufiger abgefragt wird? Also, ich glaube, noch mal, ich glaube, ich muss mich noch fokussierter ausdrücken, ich glaube, dass das autonome Fahren auch am Anfang, gerade in Anfangszeit, wird auch Opfer bringen. Das ist immer so bei neuen Technologien. Als die ersten Flugzeuge vor, äh, vor, äh, 400 Jahren geflogen sind, ähm, oder vor 150 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, ähm, da war es auch so, da ist, haben wir so ein Ding vom Himmel gefallen, ja, und heute passiert das Gott sei Dank sehr selten, aber das ist halt eine Entwicklung, die, die technologisch, die muss durchschritten werden. Wenn man immer alles bis zu Ende entwickelt und bis es 100% perfekt ist, dann kommen wir ja auch nicht weiter, ne? Also, dann dürfte kein Raketenstart passieren zur ISS. Wir dürfen die ganze ISS nicht bauen, weil es könnte ja doch mal was passieren, ähm, also gewisse technische Risiken muss man eingehen. Wichtig ist, dass wir die damit verbundene Chance, dass die auch, äh, es, es rechtfertigt. An dem Punkt sind wir meines Erachtens, es lohnt sich, das, äh, zu Ende zu entwickeln und gewisse Opfer wird es da geben. Dafür werden aber andere, äh, nicht zum Opfer werden, die halt ohne diese aktuelle Phase vielleicht Opfer geworden wären. Wie denkt ihr darüber? Jetzt schreibt mir doch mal, was ihr davon haltet. Mal gucken, wie steht der Chat hier. Ah, ich hab schon fleißig was geschrieben, muss ich mal eben durchrollen. Ähm, guten Morgen aus Bayern, hallo. Hab ein Video der realen Beleuchtung an der Unfallstelle gesehen. Das ist eigentlich gut beleuchtet, das Video von Uber täuscht. Die Fahrerin hätte das sehen müssen. Ja, den Eindruck hatte ich auch, ähm, als ich das Originalvideo gesehen habe, was Uber veröffentlicht hat. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, hier liegt irgendwo Hundescheiße, dass der nicht reintritt. Ähm, 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 das Originalvideo von Uber war ja ein bisschen täuschend, das stimmt. Ähm, ich hatte das schon gelesen, dass es wohl doch besser war, als da suggeriert wurde. Also, ich muss noch eine Sache erwähnen, die mir ganz, ganz wichtig ist, weil ganz viele von euch haben geschrieben, ja, autonomes Fahren muss verboten werden, das ist Unfug, ähm, und, äh, das, das, das darf man nicht machen. Ähm, Vorsicht Leute, Uber ist grenzwertig, ja. Also, rein von dem Unternehmen her ist es schon, schon ein bisschen, ja, nicht ganz koscher, meiner Meinung nach, was sie da mit ihren, ihren Leuten machen, die die Uber-Autos fahren. Da wird eine Menge, also, das ist fast schon moderne Sklaverei, ja. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Uber ist tatsächlich auf dem vorletzten Platz, was die Disengagement-Charts angeht, ja. Also, in den Staaten wird, ähm, muss festgehalten werden, wenn ein, äh, Kontrollfahrer eingreift in das, äh, autonome Fahren, dann wird das registriert, äh, und immer, wenn der Autopilot sich dadurch abschaltet, oder das autonome Fahrzeug sich abschaltet, wird das mitgezählt. Und, ähm, Uber lag bei einer Abschaltung auf zwei Kilometern, ja, das ist die Rate. Schlechter waren nur Daimler bisher. Daimler musste alle 1,6 Kilometer abgeschaltet werden. Und, äh, das ist ja interessant. Der Kollege sagte gerade, der ganze Tesla-Schrott hier, der stört ihn. Ist ja witzig, ne? Tesla-Schrott, hat er gesagt. Er fährt selber einen stinkenden, äh, VW-Diesel. Also, naja, kann man eigentlich nur ignorieren. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, jetzt muss ich mal gerade den Faden wiederfinden. Der Typ hat mich echt aus dem Konzept gebracht. Tesla-Schrott, wie kommt der da drauf? Ähm, so, genau. Daimler sind die einzigen, die schlechter waren. 1,6 Kilometer, mussten alle 1,6 Kilometer abgeschaltet werden. Bei, äh, Waymo zum Beispiel, der Google-Tochter, die jetzt ja groß angekündigt hat, mit vielen I-Pace, Jaguar I-Pace, Elektroautos eine Flotte aufzubauen in den nächsten zwei Jahren. Die müssen nur alle 9.000 Kilometer abgeschaltet werden. Alle 9.000 Kilometer. Da muss ich ja häufiger eingreifen, meine Frau fährt. Nein, Spaß, jetzt habe ich was gesagt. Also, ähm, 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 da muss man halt mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt halt gute Schafe und gibt schlechte Schafe in der Herde. Und Uber ist meiner Meinung nach nicht so das optimale Schaf. Äh, Waymo zeigt, wie es gehen kann. Und auch diverse andere Firmen. Abtiv zum Beispiel hat auch kaum Abschaltungen. Ähm, und da gibt's auch noch weitere. Da müsst ihr mal googeln, da findet ihr so Listen. Äh, von daher, bitte werft nicht alle Firmen unter, in einen Topf. So, was haben wir hier noch? Was schreibt ihr noch? Äh, Mr. Techfreak, besser als die Hände am Lenkrad. Erkennung wäre eine Erkennung, ob der Fahrer auf die Straße schaut. Das Model 3 hat ja eine Innenraumkamera. Mr. Techfreak, du hast recht, das wäre eine super Sache. Die Innenraumkamera hätte sogar dann noch den Vorteil, wenn man mal das Auto im Free-Floating, Carsharing, ähm, Schwarmfahrzeug einbucht, in einem Tesla-Network, was mal kommen soll. Äh, dass man gleich auch eine Überwachung hat. Wer macht hier Vandalismus oder so? Äh, das wäre aber was Langfristiges. Aber du hast recht, ähm, guckt der Fahrer auf die Straße oder nicht? Äh, das wäre eigentlich interessanter. Jetzt die Frage, wie lange darf man auf das Navi gucken, ja? Also, äh, manchmal muss ich auf das Navi gucken, wo muss ich herfahren? Ich muss, äh, ich muss, äh, ich muss auf den, auf den Tacho gucken, wie schnell ich fahre. Ich muss in den Spiegel schauen, wer ist hinter mir? Ich gucke mal kurz zu meiner Beifahrerin, was macht sie gerade oder was erzählt sie mir gerade, ne? Also, so Blicke kennt ja jeder. Und all diese, 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 ja, optischen Ablenkungen, ähm, wie, wie bemisst man die? Das denke ich, ist ein bisschen schwierig an der ganzen Sache. Ähm, Daniel, hi Daniel Kumm. Ich verlasse mich lieber auf den Autopiloten als auf alle anderen Verkehrsteilnehmer. Ja, da ist was dran, da ist was dran. Äh, am besten wäre, wenn alle nur nur Autopiloten hätten. Ähm, Thomas, Gruß aus OWL nach Hilden. Ja, danke, Thomas. Ähm, ich denke, nicht viel bis gar nichts wird passieren. Ja, sagt Papa Lima. Ja, das wäre das letztendlich Ideale. Ja, nicht ganz. Also, ich finde schon, dass man so Sachen wie Uber da gemacht hat, dass Notbremsassistenten, die vorhanden sind, dass die abgestaltet werden, das finde ich, geht nicht. Also, äh, sowas, sowas darf nicht sein, ja. Also, so ein bisschen, bisschen Sicherheit müssen oder bisschen Verantwortung müssen diese Firmen, die im öffentlichen Raum ihre Fahrzeuge testen. Das sind ja alles Prototypen, ja. Ein bisschen verantwortungsvoll müssen die damit schon umgehen. Und das hat Uber meines Erachtens definitiv nicht getan. Im Gegensatz zu Google, beziehungsweise so, Waymo, die da sehr vorsichtig dran gegangen sind. Die sind ja, ach, ich weiß nicht, jahrelang sind die mit 30 kmh rumgefahren. Oder 25 oder so, ne. Also, wirklich sehr langsam, sodass auf gar keinen Fall was passiert. Weil, ähm, jeder Vorfall in dieser Richtung schadet dem Image der autonomen Autos und davon hat niemand was. Dirk Beidenbach, die Diskussion ist merkwürdig verzerrt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen beispielsweise am gestrigen Tag an- bzw. überfahren worden sind von Fahrzeugen mit Lenkern. Ja, Dirk, natürlich. Ähm, es gibt ganz viele, ganz viele weitere schreckliche Unfälle, da gebe ich dir recht. Jetzt ist es halt nur so, dass die, ähm, die Akzeptanz bei Fehlern eines Menschen ist halt sehr hoch, ne. Also, ich akzeptiere, dass Menschen Fehler machen. Ich akzeptiere auch, dass ich selber Fehler mache. Ähm, aber eine Maschine, die festen Algorithmen folgt, ähm, da ist die Akzeptanz halt niedrig, ne. Du erwartest, dass eine, weiß nicht, am Supermarkt die Schiebetür aufgeht. Die soll gefälligst aufgehen, wenn du davor stehst. Dann hast du keine Akzeptanz, wenn die das nicht tut. Dann bist du sauer. Ja, hm, also, weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Sagafoto. Ich war in der Medizintechnik tätig. Da gab es bei neuen Geräten den Faktor 5000 zu 1. Das heißt, 5000 Leben retten und einen durch Fehler umbringen. Dann wurde das Gerät zugelassen, nur um eine Relation zu geben. Ja, 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 das ist genau die Richtung, in die es ja geht, ne. Also, mit dem autonomen Fahrzeug, sind sich Experten einig, können wir die Unfallzahlen um 90 Prozent reduzieren. 90 Prozent. Das heißt, 90 Prozent Tote, weniger Tote, 90 Prozent weniger Verletzte, 90 Prozent weniger Aufnahmen in, ja, Notannahmen im Krankenhaus, 90 Prozent weniger Reha-Maßnahmen. Also, es ist ja eine ganze Menge, die dahinter hängt. Also, es ist ein enormes Potenzial. Julian, das Model S bekommt endlich einen schnellen Rechner, angeblich mehr als doppelt so schnell. Ja, das stimmt. Das ist eines der Dinge, die mich ein bisschen stören am Tesla, dieses träge Navi. Da kommt neue Hardware. Das stimmt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, es muss weiterentwickelt werden. Elektronik ist schneller als eine Sekunde Reaktionszeit. WV-Spinner, ja, WV-Spinner, das stimmt. Sagt der Skoda Schrottfahrer, ja, genau. Steinzeitverbrenner, oh, wie gesagt, auf meiner Seite, das freut mich. Kerstin schreibt, wenn man manche Unfälle sieht, so blöd könnte kein Computer sein. Ja, das stimmt. Menschen sind keine guten Autofahrer. Daniel sagt, letzte Woche ist ein Lkw-Fahrer an einem Stauende gestorben. Ich bin für den sofortigen Stopp aller Lkw-Fahrten bis zur Einführung von Autopiloten. Ja, das mit Lkw-Fahrern ist tatsächlich ein Problem. Mich wundert das, weil doch eigentlich alle modernen Lkw so Staubremsassistenten haben, dass man eigentlich gar nicht in ein stehendes Auto reinfahren kann. Entweder die machen das alle aus, weil sie sonst immer ausgebremst werden, wenn mal wieder einer vor den knapp reinzieht. Oder es gibt halt noch zu viele alte Lkw. So, Mr. Tech-Krieg, auf jeden Fall muss meiner Meinung nach jeder Lkw einen Notbremsassistenten haben. Ja, genau, sehe ich auch so. Sollte jeder haben, jedes Auto sogar. Neo hat das ja auch. Musste ich Gott sei Dank noch nie testen. Hat der Skoda-Fahrer wirklich nur diese Meldung abgelassen und hat dann seinen Diesel abgelassen? Ja, genau, das hat er gemacht. Manche Leute sind ein bisschen... Sind diese autonomen Fahrzeuge denn auch sicher vor Hackerangriffen? Nicht, dass irgendwann so einen irrenden Tesla auf der Autobahn voll nach links einschlagen lässt. Ja, das hat eigentlich wenig mit dem autonomen Auto zu tun, sondern schon heute sind moderne Fahrzeuge komplett vernetzt. Und auch bei einem 7er BMW, der mit BMW Connected Always On ist, wenn ich mich da einhäcke, kann ich auch bei ihm das Auto manipulieren, Gas geben oder sonst was machen. Das ist also kein Problem der autonomen Autos, sondern aller Autos. Das ist richtig, das muss sicher sein, so sicher, wie wir irgendwie können. Zumindest sollte man das Ausschalten der Notbremssysteme verbieten. Ja, das wäre bei einem LKW auf jeden Fall sinnvoll. LKW-Staubremse ist abschaltbar und ein Bericht hat mal aufgedeckt, dass fast jeder diese Assistenten ausschaltet. Kann keiner verstehen. René, stand denn auch in dem Bericht, waren da Interviews mit LKW-Fahrern, warum die das machen? Also ich nutze meinen Autopiloten, wo ich kann und lasse das fahren dem Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, warum man das bewusst ausschaltet auf der Autobahn, wo man immer nur geradeaus fahren muss. Das ist ja furchtbar langweilig. Stefan, das kommt nur durch die einseitige Berichterstattung der Medien. Wenn so ein Unfall mit einem Audi passiert, berichtet keiner davon, obwohl die ähnliche Assistenzsysteme haben. Ja, das stimmt. Letztendlich ist das vom Tesla ja kein Hexenwerk. Das nennt sich immer so schön werbeträchtig Autopilot. In Wahrheit ist es ja nur ein adaptiver Tempomat und ein Spurhalteassistent. Und mehr nicht. Also ist schon richtig. Das wird sich aber hoffentlich dieses Jahr ändern. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr Level 3 Update bekommen für das Model S. Sicherheit der IT-Systeme traue ich Tesla eher zu als den normalen Autohästlern. Absolut. Tesla ist ein IT-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Die können garantiert IT besser als die Deutschen, wie wir selbst am eigenen Leib erfahren mussten beim Renault Zoe, als auch beim, jetzt wackele ich ein bisschen. Ich hoffe, ich werde nicht schlecht. Aber es ist anstrengend. Der Renault Zoe hatte eine furchtbare IT-Technik da. Also dieses zentrale Navi, das Air Link, das war echt eine Katastrophe. Und auch beim Smart, was ja von Daimler ist, die Anbindung mit App und so, das ist alles doch komplett furchtbar. Einfach furchtbar. Wir haben Freunde, die haben sich einen neuen Smart-ED gekauft und da klappt die halbe Zeit die App-Anbindung nicht, die Vorheizung, die Programmierung, die funktioniert nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Der Smart-ED, den kann man einstellen, dass man morgens um sieben, also den neuen, dass man morgens um sieben das vorgeheizte Auto hat. Jetzt haben die aber irgendein Problem mit dem Kombi-Instrument, haben ein Software-Update ausgerollt, um die Hardware nicht überall tauschen zu müssen. Und was passiert? Die Vorheizung klappt irgendwie nicht. Weil das Auto morgens um sieben einmal auf und zu macht automatisch, um irgendwas einschlafend zu verhindern. Egal warum, der Tesla, der hat eine Funktion, dass er von selbst beobachtet, wie man zur Arbeit fährt und dann, wenn man möchte, automatisch, selbstständig das Auto vorheizt anhand der Erfahrungen, die er gelernt hat. Und das funktioniert. Das heißt, die Deutschen kriegen eine feste Zeitprogrammierung nicht hin und Tesla macht das KI-Lernen funktionabel. Also, anderes Thema. Ich rege mich schon wieder auf. Die Deutschen setzen ihre Software-Nah-How eher auf andere Prioritäten. Ja, das stimmt. Du brauchst eine Selfie-Stange. Ja, da hast du recht. Muss ich mir mal besorgen. Das wäre dann deutlich einfacher, gebe ich dir recht. Das Problem ist, der Pkw-Fahrer, der auf die Autobahn auffährt und den Lkw schneidet, nur beim Einscheren. Ja, das glaube ich. Das Einscheren vor den Lkw ist wahrscheinlich der Grund, warum die das gerne ausschalten. Verbrenner sollten verboten werden. Dumme Autos, die Lupfer schmutzen und leben gefährden. K-Net funktioniert bei VW auch nicht hundertprozentig. Und nach einem Jahr muss man das auch noch extra zahlen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Mit dieser extra zahlen, wenn man das Auto 300 Euro teurer macht, dann ist es halt wie in den nächsten zehn Jahren drin. Da sieht man auch die Priorität, die gesetzt wird, nämlich auf andere Dinge. So, habt ihr noch eine Aussage, die erwähnenswert ist zum Thema? Jetzt schauen wir mal gerade durch, was ich übersehen habe. Nein, so weit glaube ich nicht. Okay, super. Ja, also ich bin der Meinung, es wird Opfer geben. Autonome Autos werden das Fahren 90 Prozent sicherer machen, 90 Prozent weniger Unfälle. Es ist wert, daran weiter zu arbeiten, auch weiter in der Öffentlichkeit testen zu lassen, weil nur mit echten Testdaten in der echten Welt bekommt man das sicher und richtig hin. Das kenne ich aus dem IT-Bereich. Grundsätzlich, ohne Echtdaten geht das nicht. Man muss mal erwähnenswerten Fakt. Waymo hat veröffentlicht, dass sie fünf Millionen Kilometer echte Testfahrten gemacht haben und fünf Milliarden Testkilometer im Simulator, um jetzt auf diese hohe Qualität im Autonom fahren zu kommen. Das war sensationelle Zahlen, fand ich. Fünf Milliarden Simulationskilometer und dann fünf Millionen echte Kilometer. Ich bin gespannt, welchen Fußgängerwarnton die Teslas bekommen. Ist sie ab 2019 Pflicht? Oh, Mr. Techfreak, ja, ich habe mal Gerüchte gehört, dass das vielleicht kommt. Ich habe eigentlich immer gehofft, besser nicht. Jetzt halte ich das Handy mal hier an eine Stütze, dann wackele ich nicht so. Ich habe das bisher für ein Gerücht gehalten, dass das wirklich kommt, aber kann sein, dass das tatsächlich so kommt. Ich finde, Fußgängerwarnton sind nicht unser Problem. Ganz ehrlich nicht. Bei Nutzfahrzeugen schauen die Abstandstempomaten der neuen Generation auch auf das übernächste Fahrzeug, wenn es sichtbar ist. Damit wird ein einstehender Pkw nicht mehr zum Problem. Ja, Volker, das macht sogar mein Tesla. Auch der sieht das übernächste Auto und erkennt auch, wenn das nächste und das übernächste Auto vielleicht einen Unfall haben könnten, dann warnt er schon oder brems im Zeitsfall sogar. Das kenne ich. Das ist eine gute Sache. Kurze andere Frage, was sage ich der Renault-Werkstatt, um kostenlos das BMS-Update zu bekommen? Märklin. Eigentlich musst du nur sagen, dass du mit der Reichweite Probleme hast, was dir sinkt und dass das Ladeverhalten langsam ist und das Balancing ewig dauert. Wenn du das sagst, dann kriegst du das eigentlich. Also da muss man, also ich habe meine Erfahrung, dass man das sehr anstandslos bekommt. Ja, wie gesagt, autonomes Fahren, ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, dass Tesla dieses Jahr den nächsten Schritt geht und so schlimm diese Opfer sind, die da jetzt passiert sind, unterm Strich wird die Menschheit gewinnen damit. So, jetzt haben wir 24 Minuten. Jetzt gebe ich euch noch mal einen kurzen Überblick hier über das Gelände. Ich mache mal gerade die Kamera so auf. So, damit ihr besser was sehen könnt. So, hier sitzt du die ganze Truppe der Elektroautofahrer. Ich habe gesehen, drinnen sind auch noch ein paar Leute. Ihr Bäcker schüren. Kommt doch mal vorbei. Hier ist immer genug Platz und Photovoltaik-Carport. Von daher, schau mal, das war laut. Entschuldigung. Ja, irgendwer hat gerade gelacht, ne? So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wunderbare Osterfeiertage. Genießt eure Familie, das Wetter, die freien Tage. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage wieder. Nächste Video ist schon in Arbeit. Oh, jetzt muss ich mal gerade stoppen. Hier kommt jemand aus England. Wir haben einen englischen Tesla, einen Rechtslenker aus Great Britain. Wow. Das ist ja cool. Wahnsinn. Also, ja, dann weiß ich, wer heute das lecker Teschken bekommt. Okay, so, das soll es gewesen sein. Ich danke euch. Ich bin der Nino vom Lancerblog. Lasst uns zusammen die Welt retten. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dann, ciao, ciao.